drei chancen in zehn minuten erklären ihr glaubt es vielleicht nicht aber das kriege ich hin los geht's ich begrüße euch ganz herzlich hier an diesem turbulenten dienstag auf dem tradermacher kanal tja da war ich mit meinen chancen eine nuance zu spät damit sie richtig gut ausgesehen hätten aber auch das was ich euch jetzt gleich zeige wird hoffentlich dementsprechend verlaufen also wenn schon kompaktes video dann auch wirklich kompakt schauen wir direkt bei mir auf dem bildschirm was sich heute so tut spannend ist es ja so was sie hier sieht ist der stundenchart im dax und ich muss einfach an einem tag wo der dax derart in die knie geht kurz über ihn sprechen obwohl er nicht zu den drei chancen in den zehn minuten gehört aber ich weiß dass er viele von euch interessiert der ist mir nämlich schön in die parade gefahren wenn er doch nur diese bewegung einen tag später gemacht hätte dann hätte ich euch nämlich präsentieren können was ein eigentlicher plan war und dann kann man natürlich leicht daher reden aber ihr wisst ich bin in einer trading community die mit mir zusammen die mir über die schulde schulter schaut tradermacher live und die alle werden vielleicht sind ja hier welche vor ort bestätigen dass wir das genauso umgesetzt haben dass ich aber natürlich ja jetzt zu spät dran bin hier auf youtube ich habe nämlich gestern einen sell stop bei 12.797 punkten in etwa platziert habe das auch mit der community besprochen und ja nun waren wir zwischenzeitlich fast 200 punkte tiefer aber hier kann ich diesen trade vorschlag natürlich nicht mehr bringen dafür ist es zu spät dennoch möchte ich kurz auf den dax hinweisen also sollte der dax per tages schlusskurs ich nehme ihn jetzt auf dieses video um 10 uhr 33 ihr seid dann also schon wesentlich schlauer als ich sollte der dax per tages schlusskurs unter 12.643 punkten schließen das ist per tages schlusskurs tatsächlich in den letzten wochen nicht passiert also ganz kurz noch mal vier stunden charte mit den unterschied seht man sich vergäude hier zeit also per vier stunden chart waren wir nämlich schon häufiger darunter genauso wie jetzt alle welt sagt es kann nur weiter abwärts gehen ich dränge aber ganz bewusst darauf achtet auf die zeitebene wir haben hier in den letzten im letzten video darüber gesprochen auf vier stunden basis sieht es so aus als ob ja hatten wir schon zweimal diesen fall hier am nächsten tag und hier waren wir auch noch mal innerhalb der vier stunden periode unterhalb von 12.643 haben auf vier stunden schlusskurs sogar darunter geschlossen das hat aber nicht gereicht als bestätigung auf tagesbasis gleicher zeitraum ist das eben noch nicht passiert also tagesschlusskurs abwarten und wenn es dann zu einem schlusskurs darunter kommt dann liegt aus meiner sicht ein realistisches ziel bei 12.417 es kann dann sogar abwärts gehen bis 12.265 oder 12.138 punkten wie gesagt ihr seid in einigen stunden schon sehr viel schlauer als ich jetzt um morgens um 10 uhr 34 aber soweit zum dax die drei minuten gönnen wir uns also im schnelldurchlauf drei weitere werte in denen es interessant werden kann im dow jones der dow jones ist gegenüber dem s&p 500 kurzer vergleich s&p 500 dow jones s&p 500 dow jones der dow jones ist der schwächere kandidat nicht ganz so schwach wie der dax aber auch schwach sollte entschuldigung sollte der dax ganz langsam sollte der dow jones unter 24.475 punkten schließen dann ergibt sich aus meiner sicht abwärtspotenzial bis etwa 23.965 punkte und weil er das 61,8 retracement vorher nicht überschritten hat ist aus meiner sicht dann sogar unter 23.965 punkten mit einem weiteren rutsch in 23 in richtung 23.117 also in richtung der jahrestiefs zu rechnen das wäre also wenn man sich das hier wochenchart ansieht ganz harmonisch sogar dass der dow jones mindestens hier nochmal die wochentiefs also bei rund 23.600 testet in der folge könnte es sogar deutlich tiefer gehen also sogar unter 23.000 punkten klar auch der dow jones den wir hier gerade betrachten auch der ist auf tagesbasis schon relativ weit gefallen aber das heißt ja nicht dass es nicht noch eine ganze etage tiefer geht dafür ist allerdings auch notwendig aus meiner sicht dass er hier dieses 38 retracement unterschreitet ja nochmal meine entschuldigung klar ich hätte euch das ganze gern einen tag früher präsentiert dann hättet ihr noch mehr damit anfangen können aber youtube ist nun mal kein live kanal so zwei weitere vorschläge noch wir haben hier ja es ist klar dass ich hier auf dem kanal keine daytrading signale bespreche ja das muss auch jedem bewusst sein denn das macht ja noch weniger sinn bei einem festen in anführungszeichen sendetermin das heißt also es geht ums positionstrading ums swing trading über mehrere tage über mehrere wochen und hier möchte ich gerne noch mal auf den goldchart hinweisen wir haben hier aktuell noch einen aufwärtstrend der intakt ist seit juni 2017 und diese marke kann man wir haben ja gold gerade besprochen durchaus von ja von zwei seiten betrachten auf der einen seite haben wir natürlich hier bei 1280 und einer trendlinie die fünf dollar darunter verläuft haben wir natürlich theoretisch eine antizyklische einstiegschance die besser kaum sein könnte denn der stopp nehmen wir mal ruhig einen tages schlusskurs als stopp an und keinen festen stopp der liegt vielleicht zehn oder 15 dollar maximal entfernt auf der oberseite ist gemäß dieses trends dann noch reichlich luft selbst wenn es gold im nächsten anlauf immer noch nicht gelingen sollte über die widerstandszone zwischen 1335 und 1350 dollar anzusteigen das ist das eine das andere ist allerdings dass gold schwach ist und diese schwäche spricht dafür dass möglicherweise auch wenn wir uns hier die letzten vier stunden kerzen angucken dass möglicherweise ein noch ein weiterer rutsch zur unterseite droht und ich denke wenn gold hier diesen schlusskurs der bei diesen tiefskurs der bei 1275 lag vor einigen tagen wenn der unterschritten wird und dann diese trendlinie leisten muss dann ist die frage ob das gelingen wird darunter vermute ich nämlich also zwischen 1270 und 1275 vermute ich nämlich einiges an stops und wenn die gerissen werden dann kann gold sehr schnell 10 15 dollar in einer initialen reaktion tiefer fallen ihr seht dass ich in einem demo konto hier schon mal unter dem stopp einen sell stop platziert habe aber darüber hinaus ja ist das ganze dann natürlich auf tagesbasis auch interessant denn wenn gold erstmal hier unter diese trendlinie abgerutscht ist dann kann es sehr schnell 20 30 40 dollar tiefer gehen im laufe der nächsten tage und wochen und dann haben wir noch einen wert und zwar den us dollar zum japanischen yen manchmal sagt ein bild mehr als tausend worte das kann ich hier erstmal rausnehmen das ist eine ältere trendlinie zeige ich euch mal ganz kurz wo sie herkommt das ist hier der monatschart ja im us dollar zum japanischen yen die mir noch mal raus dann haben wir aktuell jetzt hier auf wochenbasis ganz schön zu sehen eine ja eine eine gewisse einkeilung hier auf diesem niveau und wir haben in der letzten woche beziehungsweise nicht in der letzten woche das war die letzte woche sondern im märz haben wir hier einen test der unterseite gesehen und jetzt könnte es und das ist natürlich ein konjunktiv der erst noch eine bestätigung braucht jetzt könnte es demnächst mal zu einem angriff hier dieser trendlinie auf der oberseite geben die bei etwa 112 liegt wenn wir uns das mal mit den fibonacci retracements gemeinsam ansehen dann erkennt ihr dass bei der war etwas zu hoch das machen wir einfach nochmal die sekunden haben wir der ist besser wenn wir uns dann das ansehen dann haben wir hier diese klare widerstandszone zwischen 112,4 und dieser trendlinie wenn dieser widerstand überwunden wird dann ergibt sich aus meiner sicht aufwärtspotenzial bis 115,6 oder sogar 120 auf der anderen seite wir sind immer noch hier auf wochenbasis ein wochenschlusskurs unter 109,27 ergibt abwärtspotenzial aus meiner sicht bis etwa 105,5 also beide seiten können kurzfristig interessant sein denn die innerhalb so einer flaggenbildung darf man selbstverständlich selbst wenn man damit rechnet dass der wert anschließend zur oberseite ausbrechen wird dann darf man immer noch mit einem vorher als trader problemlos die andere seite handeln so neun minuten 37 und jetzt auch nochmal verbal von mir der hinweis dass das hier nicht mal ansatzweise eine aufforderung ist in irgendeiner form hier tätig zu werden ich zeige meine trades ich zeige meine analysen nicht mehr und nicht weniger ihr handelt nach eurem eigenen gewissen und nach eurem eigenen ermessen so ich habe es im video schon angedeutet wenn jemand sagt er ist bereit für kurzfristige chancen dann schau doch mal in der tradermacher live community vorbei ansonsten das möchte ich auch ganz klar betonen habe ich diese handelsmarke speziell die bei 12.643 punkten die habe ich schon besprochen und zwar wieder und wieder und wieder weil sie nämlich so wichtig ist und wie wir heute sehen ja durchaus auch einen gewissen einfluss auf die märkte hat kostenlos anmelden könnt ihr euch für meinen report und dann bekommt ihr wöchentlich was ja was bei mir so auf dem schreibtisch liegt mein handels setup meine analyse absolut kostenlos wenn ihr später sagt mit den marken kann ich so gar nichts anfangen oder es ist nicht mein stil dann bestellt ihr den report am besten auch wieder ab denn ich bin der erste der sagt irgend welche newsletter die ich nicht lese die stören dann nur also da sind wir uns absolut einig das war's für heute ich bin gespannt auf eure kommentare und dann sprechen wir uns am donnerstag wieder und zwar mit dem thema was ich euch am donnerstag präsentiere also macht's gut bis dann tschau 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 tschau